Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ashgray. Im letzten Part haben wir hier gestoppt und haben eine Rast gemacht. Hallo, ich bin der Chef und ich bin Wendkless. Meine Preise sind vielleicht ein bisschen zu hochfähig, aber... Wenn du mir eine meiner Lieblings-Pokémon zeigst, dann bekommst du eine Beere. Heute würde ich gerne einen Pokémon sehen, das ich nicht besitze. Hast du keinen Pokémon, das ich nicht besitze? Ich glaube, das ist ein Schill-Lock oder so, eben nicht. Turtle, Turtle, keine Ahnung, also falsch hier. Da hoch geht es. Wer darf? Ah, da waren wir ganz sicher, okay. Wir gehen runter hier und Gary. Hey, schau mal. Was ist, was versucht denn... Warum versucht ein Loser wie du hier ins Boot reinzukommen? Du willst auf die Cinnabar Islands, um einen Orden zu bekommen? Ash, du bist dumm und unnütz. Nur Touristen können da auf die Insel gehen. Das ist ein Ressort. Ich habe so viele Orden bekommen. Also, ich denke, ich nehme mal eine kleine Pause. Ähm, wenn du da hin möchtest, dann du wirst sehen, dass du deine Zeit verschwendest. Diese hat nicht einmal eine Arena. Also, wir sehen uns, Ashie. Äh, ahoy. Dieses Schiff fährt zum berühmten Ressort Cinnabar Island. Wir sind bereit, um loszufahren. Möchtest du mit? Ja, okay. Also los, alle an Bord. Oh. Keine Animation, oder wurde ich gerade rausgefahren? Ah, keine Animation. Okay. Touristen kommen von der ganzen Welt, um diese Stadt hier zu sehen. Und das Ressort, besser gesagt. Nok-chan. Nok-chan. Hallo, ich schaue... Ähm, ich schaue nach einem... Glurak. Mein Gerrit, das ist schwer zu trainieren. Wenn du das hast, dann bitte zeig... Dann tausch es mit mir. Willst du mich verarschen? Du willst ein Glurak? Äh, äh, nee. Wir kommen in ein Pokémon-Labor. Wir sind voll gut. Klee. Ich bin... Ein wichtiger Doktor. Okay. Ich... Ähm... Studiere seltene Pokémon-Fossil. Und... Hast du ein Fossil vielleicht für mich? Nein, schade. Manky. Manky. Okay, ich glaube, hier ist es... Verschwendete Zeit. Passt du? So. Du... Fragst dich also, warum ist... diese Insel so... populär mit... Touristen geworden ist, hä? Die Antwort ist... Einfach. Was machen Touristen? Was, denken sie, ist... heiß und kalt? Die Antwort... Heiße Quelle. Wegen der heißen Quelle hier. Es sind so viele Leute hier und machen Urlaub. Aber Trainer kommen hier nicht mehr. Nur noch Touristen. Die Pokémon-Arena... Äh... Siehst du oben, aber... Ja... Blaine... wurde... Ähm... Weißleid, gegen Trainer zu kämpfen, die sich mehr um ihre... Postkarten und T-Shirts interessierten, als um Pokémon. Und... Das ist, warum... Die... Arena... Warum du hier falsch bist. Wenn du einen... Wenn du hier einen Übernachtungsplatz suchst, dann komm in mein... Hotel. Tür ist verschlossen. Es ist nur eine Pokémon. Lane. Und, ja... Der Quizmas. Cool. Hallo, ich renne um dich herum, weil ich das nicht mit versiehen tue. Oh, was eine schöne Insel. Es ist so relaxant. Ich... Ich... Will hier gleich bleiben. Ähm... Das ist die feurige Stadt von Bränden, so lange. Aber da ist Big Riddle, da müssen wir doch hingehen. Willkommen zu Big Riddle, es tut mir leid, aber... Ich kann dir jetzt noch kein Zimmer geben, ich... Ich hab gerade gehört, dass... Dass... Ich hab gerade gehört, dass, ähm... Das Pokémon-Labor von... Dieben angegriffen worden war... Ist... Und ist nicht wahr. Das wäre schon... Halt, das ist so... Passt. Komm. Wenn es hier so berühmt ist, dann gehen wir auch rein. Ah. So toll. Es zischt. Es ist heiß, es ist heiß, und... Ash will sowas nicht. Nein, Ash will. Was übrigens, ja. Free? Wie der Katz ist. Katz ist, mann, sind hier sozial. Ach, das wäre... Nahtemann wie ich... Nahtemann wie ich ist so alt, dass er die deutsche Sprache nicht so kann. Berg... Berg... Sinabar. Der alteste aktive Vulkan... in Kanto. Wurde es gerade von dem... Team Rocket. Duschen wir da. Hör zu. Knirps. Wir nehmen diese Pokémon von dem Labor. Diesmal wirst du uns nicht auffallen. Ach ja, das sagt doch nur du. Hier, drei. Lockduft. Und du singt. Ich tausche. Auch noch immer. Los, Glut. Ich will ein Gloragen. Ich will mir nicht gehorchen. Obey. Lügel. Ah, sehr gut. Komm, einmal noch. Einmal noch. Oh, du bist gut. Ich mag dich. Irgendjetzt Smog. Meine Katze kann Türen öffnen. Aha. Ja, gute Idee. Ich nehme Smog hier. Warte, ich kann dich abtrainieren. Ich trenne dich ab. Oh, Donner funktioniert trotzdem. Auch. Oh, funktioniert nochmal. Sehr gut. 55. Lichtbild. Ja, das braucht es nicht. Das kann nicht sein. Nein. Schon wieder besiegt. Das sieht aus, als ob die Rocketman-Gladen-Schutz in den Ofen macht. Ach, das geht nicht so falsche Vorinformationen. Nein. Vielleicht kann ich da jetzt hin, oder? Sprichst du mit mir? Also haben die es nicht geschafft, bis an den Eingang zu... Nur an den Eingang sind sie gekommen. Denn hier springen die mir noch alles das gleiche. Naja, vielleicht ist es jetzt hier. Auf. Ich habe sie aufgehalten. Schon ist mir noch was. Mann, groß. Da. Ich habe gehört, dass du uns geholfen hast. Das verdient ein großes Geschenk. Meine Katze, wie ich gerade in dem Katzen-Adventskalender. So, bekommst du ein kleines Geschenk hier. Äh, ein kleines Geheimnis, natürlich. Vielleicht hat diese... Arena gemacht. Die Touristen noch nie gesehen haben. Äh, es ist der Ort, wo... Niemals Feierpokum man sein könnte... Gewinnen könnte. Wir könnten Feierpokum mit Wettgewinnen. Und? Da? Ganz rechts. Im Wasser. Aber wo? Wie denn? Wie sollen wir da hinkommen? Ist noch hier auf den... Inseln? Psst. Dumme Katze. Willkommen. Ja, danke. Ja. Kann mir jemand irgendwie das Jahr vorbeibringen? Nein, ich glaube nicht. Du, siehst du wieder Paparazzi, Junge. Nein, du auch nicht. Ja, ich habe schon... Bist du... Heiß. Ja. Ja, ich stimme so, dass es hier ein tolles Urlaubs-Sort ist. Habe ich eine Karte dabei? Ich bin doch hier und da ist es doch ungefähr... Mann, wie lang ist die Route 20? Ich war jetzt die ganze Zeit auf... Ich war die ganze Zeit auf Route 20, ne? Gerade die letzten paar Episoden. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit hier war. Oder... In einem Steintunnel könnten die niemals gewinnen. Aber ich müsste irgendwie hinkommen. Ah... Was ist das? Hey. Cool. Jetzt habe ich Gras gesehen und so muss ich wieder rumhängen. Weiß. Ganz heiß. Hallo? Ich denke, du hast mal ein Rätsel gelöst. Was ist denn weiteres für dich? Es ist kein Hut, aber es hält deinen Kopf drauf. Wenn du es trägst, ist es, weil du es verlierst. Die Antwort ein... Perücke... Weiß nicht, was mein Rücken ist. Tut mir leid. Verstehst du es nicht? Ich habe diese Perücke getragen, weil ich... Weil ich Blame bin. Der Arena-Lite. So, möchtest du gegen mich kämpfen? Ein 3 gegen 3, Mensch. Also, du kannst nur 3 Pokémon nehmen. Oh, Katze. Also, ich nehme mit... Nein, ich auf die Tasse, nicht auf die Tasse. 2. Na, Nummer 3. Einmal mal schön verteilen, überall. Und du bist auf 4. OTT. Okay. So. Verraten. Und nur noch... Neun Schwanz. Mann, das läuft gut. Oh, das läuft wirklich gut. Nein. Ich bin vergiftet und bin verwirrt. Oh. Muah. Nihon. Hab ich so was die Topgenie denn so? Was ist mit dem Team ich vorher ausrüsten soll? Ah, sieht aus wie das. Ah, so gut, das war eine Topkin hier so. Du hast One-Hit-Kill, was ist denn mit dir los? Ich glaube, das ist nicht effektiv. Es geht, es geht, es geht, es geht. Haha, Slammy noch. Einer noch, Magma. Komm, bring ihn um den Donner. Nein. Sie sind hier Taubos. Oder habe ich noch einen Belieber? Überall habe ich noch 10 Stück. Ah, mein Wurf, hätte ich es nicht überlebt. Und ich es gemacht habe. Ah, jetzt dann, Slammy ihn. Ja. Soll ich mir das. Ich habe gleich besiegt. Ich bin zu nichts runtergebrannt. Nicht einmal. Asch, bleib über. Hier, nimm den Vulkan-Orden. Hm. Der Vulkan-Orden. Ist etwas Besonderes, weil du jetzt sieben Orden hast. Ja. Feuer-Blast ist die ultimative Feuer-Technik. Ich verschwende es nicht daran, was ein Pokémon. Ja, okay. Wir haben sieben Orden, Leute. Sieben Orden. Ey, Pokémon-Heilung. Und ich nehme meine anderen Pokémon-Vitamente, bevor ich abhaue. Wohin auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Nö. Also nicht. Hallo, scheiße, scheiße, scheiße. Noch mal Pokémon, die einsammeln. B-b-b-b. Pokémon, die einsammeln. Was? WTF? Oh, wo ich über schlechte Eier? Ich habe hier nicht gecheatet. Ich weiß nicht, wie man hier cheatet. Willst du, dass man das schlechte Eier hat? Okay, das ist meine Fatal-Box, meine... Ich dachte, ich habe sie alle auf eine andere Box gelagert. Witz ist deswegen. Ich habe doch keine Faulen mehr. Ich habe hier nicht gecheatet. Ich schwöre. Ich schwöre wirklich. Ich habe noch nie gecheatet in irgendein Let's Play. Außer, als ich es musste. Also, um euch zu demonstrieren. Willst du was von mir? Ich gehe noch mal kurz. Hallo Misty. Misty, Misty. Misty, Misty. Misty, Misty. Stimmt. Okay, da ist keiner. Da will ich rein. Okay, kann ich mit dir. Ich glaube, das war hier genug. Wie gehen wir zurück? Was auch immer jetzt hier kommt. Äh, nein, ich glaube, ich bin hier falsch. Eigentlich weiß ich jetzt nicht, wo ich hin soll. Aber es ist ein guter Moment, hier Schluss zu machen. Stimmt, ist ja gut. Kann ich hier rein gehen? Es ist ein guter Moment, hier auf Stop zu drücken und zu gehen. Ja, gute Idee. Okay, Leute. Wir haben jetzt sieben Ordens. Und ich bin so stolz auf mein Problem. Wora, wora, wora. Klasse. Sieben. Ihr seht es. Sieben Ordens. Ich speichere auf zu Demonstrationen und bla bla bla. Im nächsten Spot werde ich hoffentlich wissen, ob wir hierhin gehen sollen. Ich werde mal hier ein bisschen Auskundschaften geben. Dankeschön. Bis zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tsch. Tsch.